Dann machen wir das auch. Missionsauswahl. So, wir haben gesagt 456 Meter, das machen wir jetzt. Ich habe vorhin eine an die Wand geklittete Leiche gesehen. Diese Stadt ist im Gas besser dran. Kurz ein paar Klobürsten wegräumen aus dem Weg. Ach ja schon. Ich war schnittler, ich war schnittler. Tü auf. Sehr gut. No. Du sagst es, aber lass ihm in den Glauben. Hier herzubringen, Batman. Du kannst sie genauso gut gleich töten. So. Wo ist sie? Da hinten sitzt sie und arbeitet. Alles klar. So da. Ah, da. Klasse, du bist hier. Scarecrow's Heli ist raus aufs Meer und dann nach Norden. Ich wollte die Route genauer bestimmen, aber die Daten sind beschädigt. Sie haben eine Menge Schaden angerichtet. Ist, was war das? Auge. Ja, klingt sehr stark. Tapfere Polizisten Gothams. Ich habe eine Nachricht für euch. Das ist der Anfang vom Ende für dich, dunkler Ritter. Wir werden ja sehen. Der Bat-Computer ist wieder online, Batman. Ich tue, was ich kann. Halte den Angriff auf das GCPD auf. Ja, okay, aber wie? Ja. Wer oder was ist das? Was? Falsche Kammer? Ah, jetzt bin ich in der Aservatenkammer. Was für ein Blödsinn. Wieso zeigt man dir eigentlich der Tür da? Der einzige Stützpunkt in dieser Stadt wie Lüber. Das dürfen wir nicht. Tichtet eure Waffen immer auf die Tür. Wir sterben hier nicht. Wir sind so weit gekommen. Zeigen wir Ihnen, was es heißt, beim GCPD zu sein. Wieso ist mein Auto weg? Cash. Alles abliegen. Sofort. Äh, wo ist er denn wirklich verschwunden? Hm. so Ich versuche das Stromaggregat, um das Schieße-Bit-Wie. Und das Suche. Wo ist denn das jetzt wieder? So, müssen wir schauen. Das ist ein Garderob, da kommen wir nicht weiter. Da geht es ja nicht rein. Na komm. Komme ich da zum Ventilator nicht? Das ist schon wieder so eine Scheiße, wo es wieder nicht so einfach geht. Halt doch die Schnauze. Und jetzt hast du sie alle zum Tode, verdammt. Hohoho. 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 Im Ernst, verschwinden wir einfach und lassen sie alle sterben. Sonst muss ich später wiederkommen und sie alle abmurksen. Und das wäre ehrlich gesagt viel unangenehmer für alle. Du kommst gar nicht mehr. Du bist tot. Tot. Tot bist du. Wenn der alte Jim das mal sehen könnte. Das würde ich noch interessieren, wo der diese Millionen an Stückzahlen von Drohnen daher hat. Das Kishi wie die, Heimat der tapferen Traunen Männer Gothelus. Ein Leuchtfeuer der Hoffnung in einer Stadt. Voller Chaos und Verzweiflung. Seht zu, wie ich es auslöschle. Und damit das Leben aller, die sich in seinen Mauern verkrochen haben. Was soll ich machen? Soll ich runterhappen und draufspucken auf die 500 Panzer oder was? Das ist wieder so ein Stück. Du sitzt da oben unten stehen und 50.000 Panzer. Und dann hast du genau 4 Sekunden Zeit zum Nachdenken. Wo soll ich eigentlich hin, bitte? Orgel, der Generator wurde zerstört. Verflucht! Okay, es gibt ein Notstromaggregat in der Tiefgarage, aber das hätte schon starten sollen. Auf dem Weg. Der Eingang zur Tiefgarage steht anscheinend offen. Du kannst den Generator von da aus erreichen. Generator ist hier, der ist auch hier, der ist auch hier. Das ist auch dreckig. Eingang zur Tiefgarage steht offen. Hey, es ist unten genug C4. Wir sollen die Generatoren ausschalten und schießen. Wir werden hier kein Risiko eingehen. Denk dran, wir stürmen das Gebäude und tüten. Denk dran. Denk dran! Denk dran! Denknd dran! Tut mir wieder leid wegen der Kameraführung, aber es geht nicht besser. Ja, das ist eine scheiß Kameraführung, da wirklich. Diese 400.000 Kamerawinkel, man wird ja wirklich schwindelig beim Kämpfen, das ist ein Wahnsinn. So, Generator, so, wo haben wir das jetzt? Unterbrecher, Rauchbombe, Distanz, Explosiv-Bettkleider, aber Ausrüstung wie eine Frau Schurch hat ihn an Kosten, bis er dann mal das Richtige findet. So. Ja, cool. So, irgendwie muss ich raus sein, ne? Draußen spürt die Musik. Bereit, Batman? Bereit, Oracle. Ich werde an keiner Seite kämpfen. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Beenden wir es. Ich hab ihn, er ist im Cauldron. Beginne mit dem Hacken. Primärziel der Z duo-Ein League. Ich habe die Energiezellen mit Panzers überladen. Bei Beschuss-Wird ein EMP ausgelöst. Ziel erfasst. Ich beginne mit dem Hacking. Panzer unter Kontroue. Verflucht! Die Radler wurde getroffen. Ich hecke die Drohne. Twin Rattler getroffen. Umgehung der Sicherheitssysteme. Jemand ist hier drin. Determinen Sie sie. Ich kann nicht. Wenn ich die Quelle verfolge, wechselt sie. Barbara Gordon. Direkter Treffer bei der Rattler. Panzerung hält. Drohne offline. Ich hecke das Ziel. Ich habe einen Panzer. Ab ne Drohne verloren. Du kannst ihnen ihre Hoffnung nicht länger halten, Badman. Sie werden einsam und verloren sterben. Denk über dein Fassaden nach, wenn du ihre Leichen aus den Trümmern wirkst. Übernahmeprotokoll wird ausgeführt. Redner zerstört. Badman hat ne Drohne zerstört. Okay. Nächster Hack initiiert. Panzer gehackt. Mamba offline. Beginne mit dem Hacken. Wollt haben wir es. Wir wollen mich noch konzentrieren. Explosionen. Schieß einfach drauf. Rattler getroffen. Du kannst es nicht aufhalten, Badman. Ihre Welt bricht zusammen. Sir, wir müssen den Hack an der Quelle stoppen. Sonst ist alles aus. Es hat sich nichts geändert, Sergeant. Machen Sie dieses Gebäude dem Erdboden gleich. Und der Sieg ist unser. Drohne zerstört. Ich hacke die Drohne. Diejenigen, die auf deiner Seite kämpfen, glauben nach wie vor an dich. Ich werde ihnen zeigen, wie falsch sie lieben. Wir schaffen das. Ziel erfasst. Ich beginne mit dem Hacken. Okay. Der Panzer gehört dir. Hab ne Rattler verloren. Status kritisch. Warte auf Befehl. Es ist Zeit. Schinken Sie sie los. Mirce. Der Leid sagte, du hast keinen Mohn. Es ist nichts mehr daß. Sehr gut. Ihr habt euren Teil getan. Nun tut Badman den seinen. Alle Drohnen zerstört. Geschafft. Nein, Moment. Scarecrow hat Infanterie auf dem Dach abgesetzt. Sie versuchen die Sicherheitsverriegelung zu umgehen. Ich kann sie aufhalten, aber nicht lange. Naja. Batman, ich habe die Kontrolle über die Sicherheits- und Versorgungssysteme auf dem Dach. Ich kann die Schweine ausschalten. Du musst sie nur anlocken. Hörst du das? Der Kampf ist vorbei. Ihr kommt. Scheiße. Was zur Hölle treibst du da? Das muss rein. Batman ist hier. Angriff. Sieht euch doch. Sieht euch doch. Mach dich nieder! Ich brech dir alle Knochen. Umleitung in Bedien. Davon erhoben ist nicht mehr. Erhoben ist unterwegs. Haltet durch. Ich werde dich drücken. Das dauert ja ewig. Ja, jetzt haben wir wieder den Schluss. Gefühl, das sah. Mit der Bode haben. Und der Ski brühen. Ich hoffe nur, dass ich jetzt... Ja, wie? Der Kampf ist vorbei. Ihr kommt! Scheiße! Was zur Hölle treibst du da? Lass uns rein! Ich versuch's ja! Schieß das verdammte Ding aus den Angeln! Wir brauchen den Aufzug noch! Ich dachte, du könntest hacken! Ich erledige das zurück! Geht nicht. Die Miliz stürmt das GCPD. Ich muss sie aufhalten. Jo, und wie? Mal sehen, was die Bledermaus macht. Dann werden wir die alle hier befreien. Gib dein Bestes! Der Bestes ist über uns! Das Ziel ist über uns! Das Ziel ist über uns! Das bringt aber nichts. Wo soll ich sie denn anlocken? Was ist das? Was ist das? Ich dachte, du hättest was auf dem Kasten! Wir sorgen dafür, dass es weh tut, du Freak! Über uns, Batman ist da oben! Komm runter, Captain Batman! Distanzstromladung, ja, was soll ich denn tun? Über uns! Versteck dich so lange, wie du willst! Seht euch da oben rum! Versteck dich! Versteck dich! Versteck dich! Versteck dich! Versteck dich! Versteck dich! Fabian, du bist dunkel! Ich weiß auch nicht, wo ich die hinlocken soll. Ich weiß nicht, wo ich die hinlocken soll. Ich weiß nicht, wo ich die hinlocken soll. Aber ich kann sie nicht auslösen. Und irgendwie passiert da nichts. Da ist grün, da ist rot. Ich weiß es jetzt nicht. Ich kann das auch nicht hacken. Ich kann nichts tun. Und die Oracle reagiert irgendwie nicht. Also... Explosivgel, bad claw, bad rank. Ich kann nichts tun. Wo soll ich sie hinlocken? Es ist mir nur immer ein Rätsel. Der grüne Punkt sagt weiter nach oben noch. 28 Meter. Da ist blau. Oh, was heißt das blaue da hinten? Hast du Angst vor mir, Fädelmaus? Komm runter! Ich weiß es nicht. Pfff, das ist ein bisschen Anleitung, ein bisschen... Irgendeine Info war nicht schlecht. Aber das ist ja null nichts an Information, die man da kriegt. So quasi, ja, da stehst du dich da mit und fertig. Distanz-Hacking-Gerät, das hilft mir nirgends. Nicht mehr bei einem Zollenschloss, bei einem normalen. Das ist ein Dreck alles, wirklich. Was soll ich jetzt machen? Wenn ich abweg jetzt stirbe, da sind viel zu viel Stromleute unten. Das Ziel ist über uns. Warum haben Sie so, bad man? Zumindest einmal ein Bohr ausschalten wieder. Super. Das Stromgerät ist auch gemeier. So, ein dicker ist weg. Ein dicker Stromhaber ist weg. Das Ziel ist über uns. Der SS ist über uns. Spring doch oben. Mein Gott, die Steuerung. Uuuh. Bereit für einen Schock? Du bist nicht der Einzige mit Heike-Gristlern. Was ist mit dem Zahn? Was soll ich beim Zahn? Was soll ich beim Zahn? Dort stehe und schaue, wie ein Maschendraht-Zahn ausschaut. Was soll ich beim Zahn? Es war nicht schlecht, wenn ich irgendwie eine Info kriege, was ich bei dem scheiß blauen Zahn machen soll. So was ist nervtötend. So was ist wirklich nervtötend. Einen Spieler einfach deppert sterben lassen in einem Spiel. Das ist idiotisch. Was soll ich tun? Soll ich E, F, D, E? Soll ich das Keyboard am Zahn hauen? Was soll ich tun? Versorgungssysteme auf dem Dach. Ich kann die Schweine ausschalten. Du musst sie nur anlocken. Hörst du das? Der Kampf ist vorbei. So Freunde, ich muss jetzt einmal ganz kurz ein bisschen durchatmen, weil jetzt nervt mir das Spiel schon wirklich. Alles, was bis jetzt mir wirklich Freude gemacht hat bei dem Spiel, wird durch diese Steuerung, durch diese Scheiß-Steuerung, muss ich wirklich sagen, wo ich 15 Kameraeinstellungen in 4 Sekunden sehe, bloß null Anleitung, was ich tun soll, wird mir das total vermisst. Ich muss mich jetzt beruhigen. Es tut mir einfach leid. Kurze Pause.